So, da sind wir und weiter geht es. Wir haben das letzte Mal hier so eine Höhle gefunden. Oder besser gesagt, so eine Grube. Können wir jetzt mal gucken. Drachengrube. Uh, direkt hier mit so einer Gnade. Sehr geil. Können wir hier was machen? Okay, bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Okay. Upsala. Sieht schon aus, als könnt ihr gut verteilen. Was ist denn zwei Problemen? Scheiße, Alter. Ja, 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 ja. Wartet. Oh, noch ein dritter. Was ist das denn? Nein. Ich bin doch gar nicht hier. Wartet, lass mich doch mal. Ich bin doch eigentlich friedlich. Sie sind immer noch hinter mir her. Alter, wie viele kommen denn hier? Was gibt es hier? Schattenreich, Rune. Oh, okay. Werden ja immer mehr. Okay, der macht gut Schaden. Auch erstmal weg. Ach Gott, ey, guck mal, die leben wieder, ne? Äh, die leben... Äh, wieso leben die wieder? Ist ja irgendwie so ein Beschwerer hier irgendwo. Scheiße. Scheiße. Ach, guck mal. Wo kam der zweite eben? Ist er hier im Uf? Steckst Sache hier unten Der ist tot Der kommt nicht mehr oder? Doch der kommt auch Aber man muss die zweimal killen Ah Sie zweimal killen Gehts auch noch runter Spielstein 1 Okay Lass meine Arteile anmachen Hier gehts nicht weiter Ah 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 Sieg nie Okay Alter Ja und Feuer auch noch, genau Er lebt noch Jetzt nicht mehr Ah ok Schaden haben die schon mal ganz gut verteilt Echt Ja ist klar Wo kommst du denn jetzt her Das scheint aber etwas größere Grube zu sein Kann ich mal lieber Ja Ich komm da gar nicht ran Was Ich muss da nochmal killen Ja Ja Du warst da hinten am nerven Oh 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 Häufige Gibt es hier noch was Was passiert denn jetzt hier Das ist echt ein großes Ding habe ich jetzt nicht damit gerechnet Schöne 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 Da oben Kommt noch einer Ja Die kaputt trifft denn doch mal ich kann ja nicht markieren ne So jetzt Drei Warte hin Und Drei 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 Ja Drei 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 Was ist da oben, unten, unten? Ah ja, oh, Vorsicht, Vorsicht. Was hat mich noch gekillt? Was? Oh nein. Oh nein. Ich mach' nicht gut Schaden. Pffa. Da kommt noch einer, ja genau, genau um die Ecke kam noch einer, ja. Liegt an mir Spaß. Das ist gut. Alter, komm noch mal weiter. So. Etwas Licht. So hält er sich denn nicht? Ich hab da die Laterne angehabt, ne? Oh Mann. Oh Mann. boyfriend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beide plattgemacht Hier noch einer Banditenkopf, seine Waffe Okay So, den machen wir auch noch. Der andere lebt schon wieder. Der andere lebt schon wieder. Der andere lebt schon wieder. Ah, hat er mich gewöhnt, okay. Ja, ja, ja. Da kommt direkt der große. Guck mal, was er für einen Schaden direkt macht. Alter, die holen mich jetzt hier weg. Mach ich lesen. Sei mutig, zeig keine Furcht. Was? Sei mutig, zeig keine Furcht. Die runterspringen, oder was? Äh. Sei mutig, zeig keine Furcht. Haben die Entwickler da hingeschrieben? Ich glaube, die meinen das, ne? Ich soll da runterspringen. Aber da gibt's doch nicht. Ich sterbe bestimmt. Ach, komm. Ha. Alter, ey. Ist schon abgefahren. Rügelstein 4. Und das ist jetzt der Boss hier von der... Ist das so? Das ist jetzt der Boss von der ganzen Geschichte. Aber ja, ey. Okay, dann lass mal reingehen. Tatsache. Wieso mach ich denn überhaupt keinen Schaden? Nein. 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 Warte, 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 weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Ah, Alter. Na ja, nein. Oh, was? Nein, er hat mich gekillt. Oh, alter Drachenmensch. Scheiße. Das ist einfach nicht ohne. Direkt nochmal da rein. Alter, was für eine Waffe hat er. Okay, wir müssen erst mal... Krass. Was ist das für eine? Also die Waffe ist da schon mal... Schaden, echt. Okay, rein und er macht direkt diesen komischen Angriff. Ja. Okay, lass ihn erst mal machen. Nein, weg. Nein. Nein. Ja, 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 mach es nochmal. Oh, krass. Was? Man, ich war doch voll geheilt. Motherfucker. Nein. Die Waffe von denen, die ist schon cool, ey. Der droppt die. Was hier mit? Ja, geht so ein bisschen, ne. Ja, ist klar. Ah, krass. 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 Nein. Alter, wenn er das macht, dann ist das One-Hit jetzt, ne. Holy shit. Er kriegt ja erst mal ein paar Avatschen. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Warte, warte. Nein, der ist gefährlich. Alter. Was ist das denn hier zu müder? Ich... Oh. 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 Ja, beide... ...ne Sprungangriff gemacht. Beide, beide. Ja, Alter, was? Ja, 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 ja ja zweimal macht er aus ja da würde ich mich direkt was für ein leben in mir aufziehen ja ist klar ich treffe den nicht und er trifft mich wieso ich bin nur zur seite gesprungen ja was war das denn okay der macht echt gut schaden Das war ein Ja, weg, 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 weg. Ja, Alter, warum? Ich war doch gerade am Springen, ja? Wir machen eine Pause. Danke und bis gleich. Ciao. Danke.